Ich glaube, um nichts ranken sich so viele Mythen wie um das Thema Meditation. Meditation wird angepriesen als das Tool zur inneren Heilung. Ich glaube, das kann es auch, aber wird ganz häufig übersetzt als ein Zustand, in dem wir überhaupt nicht denken. Und das stimmt zwar nicht. Ich würde dir gerne an der Stelle vorstellen, erklären, worum es sich in der Meditation handelt, damit du vielleicht einfach einen leichteren Einstieg kriegst. Zunächst ist das Ziel der Meditation ein Zustand, der sogar definiert im Yoga. Der nennt sich Yogas Chitta Vritti Niruddha. Der Zustand, in dem unser Denkendes mal zur Ruhe kommt. In dem die Bewegungen des denkenden Geistes zur Ruhe kommen. So, aber die Frage ist, können wir den Geist einfach so abschalten? Die Antwort, nein. Die Aufgabe des Geistes ist es zu denken. Aber du kennst sicher den Moment, in dem du etwas denkst und dann beginnst, Kopfkino zu entwickeln. Also wenn wir anfangen, über unsere eigenen Gedanken, über die Welt auch noch nachzudenken. Und ganz oft entwickelt sich in uns, aus unseren Gedanken, also aus unserer Bewertung über die Welt, über Situationen, etwas, was wir mit der Wahrheit verwechseln. Also sprich, wir haben uns so viele Gedanken um etwas gemacht, nur aus unserer Sicht, dass wir glauben, so wäre es. Aber es ist nur der Zustand, dass wir an unsere Sicht über die Welt glauben, an unsere Wahrmachung der Wahrheit. Und genau davon will uns die Meditation wegführen. Sie möchte uns erst mal zu einem Zustand hinführen oder einem Zustand annähern, in dem wir überhaupt, ich möchte mal sagen, so einen kleinen Raum haben, in dem wir unsere Gedanken überprüfen auf ihre Richtigheit, Stichhaltigkeit und Nachhaltigkeit. Ja, der berühmte Raum zwischen Reiz und Reaktion, den Viktor Frankl mal als Freiheit definiert hat. Genauso ist es hier in der Meditation. So, wenn wir also genau das suchen, also von diesem inneren Drama, von der Wichtigkeit unserer inneren Gedanken ein bisschen versuchen wollen, wegzukommen, dann gibt es dahin drei Schritte. Und der erste Schritt besteht dahin, den Geist erst einmal darin zu lehren, ihn einzuüben, ihn daran zu gewöhnen, dass du deine Aufmerksamkeit sagst, wo sie zu sein hat und nicht umgekehrt. Ja, wenn da draußen jetzt irgendwas laut knallt, dann ist dein Kopf sofort bei dem Knall und dann wirst du nichts tun können an der Tatsache, dass dein Kopf und dann denken sich erst einmal um das da im Außen dreht. Ja, das ist auch normal. Das Gehirn framet. Das braucht also einen gewissen Rahmen, um Dinge einschätzen zu können. Das gibt uns Sicherheit. Aber wir können lernen, diesen inneren Gedankenfetzen nicht zu viel Bedeutung beizumessen. Und dafür brauchen wir als allererstes mal etwas, was der Buddhismus stabile Aufmerksamkeit nennt. Das heißt, wir fangen an, uns zu konzentrieren. Deshalb ist der erste Step in der Meditation, Dharana im Yoga, die sogenannte Konzentration. Wir suchen uns also irgendetwas, was für den Geist neutral ist, ein sogenanntes Meditations- oder Konzentrationsobjekt. Das kann ein Mantra sein, ein Bild, eine Affirmation oder klassisch der Atem, weil der Atem ist das Einzige, was kommt und geht, ohne dass wir etwas dafür tun müssen. Und an dieses Meditations-Objekt heften wir sozusagen die Aufmerksamkeit. Wir üben uns also darin, nur dieses Objekt bewusst wahrzunehmen. Was heißt das für die Praxis? Wenn du zum Beispiel auf den Atem meditierst, bedeutet das, dass du dir immer wieder in jedem Ein- und jedem Ausatmenzug des Atems bewusst bist. Das heißt nicht, dass da kein anderer Gedanke sein darf. Aber im Vordergrund der Aufmerksamkeit, da steht der Atem. Du weißt also, jetzt ist Ein-Happen. Du weißt, jetzt ist Aus-Happen. Du weißt, jetzt ist die Pause zwischen Atemzügen. Und wenn du dich daran einen Moment übst, dann wird dein Kopf unglaublich langweilig werden. Die ersten zehn Sekunden sind super, weil dann denkt dein Kopf sofort, boah, kann ich, super, ein Atem. Ja, und nach 20 Sekunden fängt er an abzutriften. Er hat sozusagen den Atem erkannt, es gibt also nichts mehr zu framen. Und genau das müssen wir dem Kopf abgewöhnen. Genau daran müssen wir ihn gewöhnen, immer wieder zum Gleichen zurückzukommen. Nicht die Abwechslung zu suchen, nicht zu springen, sondern immer wieder zum POI, zum Point of Interest, wie es die Navigationssysteme so schön sagen, zurückzukehren. Und wenn wir das immer wieder üben, das ist erstmal stinklangweilig, wenn wir das aber immer wieder üben, und die Betonung liegt auf immer wieder, nicht eine Monster-Session, sondern jeden Tag ein bisschen. Zehn Minuten morgens, zehn Minuten abends. Dann entsteht etwas, was der Buddhismus stabile Aufmerksamkeit nennt. Das heißt, diese Aufmerksamkeit, diese Fähigkeit, du bestimmst, wo die Aufmerksamkeit ist, die wird stabiler, die wird stärker. So, das nutzen wir für die zweite Form der Meditation, Vipassana. Und Vipassana heißt untersuchen. Und untersuchen ist aber nicht so zu verstehen, dass wir Dinge untersuchen und darüber nachdenken. Das können wir auch tun. Das wäre Kontemplation, das ist auch ein Teil, der dazu gehört. Aber Vipassana ist erst einmal, wir üben uns darin, die Dinge zu erleben, aber das Erleben in den Vordergrund zu rücken und nicht das Nachdenken über das Erlebte. Also, wenn du zum Beispiel dich auf ein Körperteil konzentrierst, angenommen, da sticht es irgendwo im Knie in deiner Meditation, dann wirst du dich auf vielen Ebenen dabei erleben, wie dein Geist sofort sich involviert, sich sofort einbringt. Oder es ist ein Knieschmerz, du musst sofort deine Position verändern, weil sonst geht bestimmt dein Knie kaputt. So, und bei diesem inneren Monolog kannst du dir zuhören, den kannst du sozusagen dann abspeichern als, ah, eine innere Wertung, ein Anspringen, Gedanken, gibst dem einfach ein Etikett, bleibst aber beim Knieschmerz. Das heißt, du beginnst diesen Knieschmerz auf seine erfühlbaren Bestandteile hin, ganz neugierig zu untersuchen. Du reagierst also nicht, sondern du fühlst, ah, das sind, woraus besteht denn der Knieschmerz? Wo spüre ich denn da was genau? Und dann wirst du merken, dass du zum Beispiel den Knieschmerz plötzlich gar nicht mehr so richtig fassen kannst. Vorher war das ein Konstrukt deines Geistes, Knieschmerz. Wenn du aber wirklich beginnst, dieses Konstrukt mal auf die innere Waagschale zu stellen und zu untersuchen, musst du merken, irgendwie kannst du den gar nicht so greifen. Da ist was hier vorne, das ist aber an der Seite am Knie. So, und jetzt ist dein Geist aber so gestrickt, der kann nicht mehrere Dinge gleichzeitig. Also musst du dich entscheiden. Und in dem Moment, wo du dich jetzt für den vielleicht stärker spürbaren, intensiveren Punkt deines Knieschmerz entscheidest, dorthin zu fühlen, wird der wieder in Untersegmente verfallen und zerfallen, bis du plötzlich merkst, diesen Knieschmerz, so wie dein Geist den gefasst hat, den gibt es gar nicht. Und in dem Moment ist der Schmerz ganz oft weg. Das Gleiche kannst du mit inneren Bildern machen. Du kannst dir selbst beim Denken zuhören und merken, dass du denkst. Klar denkt dann der denkende Geist über sein eigenes Denken nach, das war nicht vielmals das Wort Denken benutzt, Aber auch so ist Erkenntnis da, dass sich da innerlich in dir etwas auf eine ganz eigene Dynamik bewegt und tut. So, dieses Denken ist was ganz Wichtiges und viele glauben, man dürfe nicht denken. Denken heißt, kognitiv etwas zu erkennen, etwas zu verstehen. Und das ist der wichtigste Schritt zur Veränderung. Wenn wir in der Meditation verstehen, dass wir über Dinge denken, wenn wir in uns sozusagen erleben, dass da alte Erinnerungsfetzen dazu führen, dass wir Situationen total verzerrt wahrnehmen und deshalb auch überhaupt nicht adäquat im Alltag reagieren, dann muss dieser verstehende Geist, dieser Eindruck, den wir verstehen, den wir kognitiv greifen können, zu einer Absichtsbekundung führen. Eine Absicht, die wir wirklich formulieren auf einer kognitiven, bewussten Ebene. Ah, wenn ich das nächste Mal in so eine Situation gerate, dann werde ich das und das tun. Weil sonst bleibt es immer in diesem, ich möchte mich nicht mehr ärgern. Und ich möchte mich nicht mehr ärgern, wird nicht funktionieren. Wenn ich aber die Auslöser für Ärger mal gesehen habe, dann kann ich mir vornehmen, nicht wie ich beim nächsten Mal nicht reagiere, sondern konkret vornehmen, über Erkenntnis, was ich konkret beim nächsten Mal anders tue. Also, diese drei Anteile braucht die Meditation. Diese drei Anteile umfasst die Meditation. Es gibt noch weitere Dinge, die kommen dazu. Aber um Meditation greifen zu können, auch zu verstehen, was es ist, wohin es soll, braucht es, glaube ich, das Verständnis dieses Dreiklangs. Ich hoffe, dieses Video war ein bisschen hilfreich und vielleicht hast du ja Lust, mit mir mal zu meditieren. Aus- und Weiterbildung und Kurse dafür gibt es bei uns genügend. Schau auf unserer Website.